Justus Philipp Adolf Wilhelm Ludwig Freiherr von Wollzogen war ein württembergischer Offizier, der später in russischen und preußischen Diensten stand. Zuletzt war er General der Infanterie in der preußischen Armee sowie Diplomat. Familie Ludwig war der Sohn des Sachsen-Hildburg-Hausischen Geheimen Legationsrats Ernst Ludwig Freiherr von Wollzogen und dessen Ehefrau Wilhelmine Henriette. Geborene Mastschock von Ostheim, er heiratete in Ludwigsburg bei Stuttgart 1820 Dorothea Therese Emili, Geborene von Lilienberg. Der Ehe entstanden zwei Töchter und drei Söhne. Leben Durch den frühen Tod der Eltern wurde Wollzogen zunächst bei einem Prediger erzogen und kam 1781 auf die Hohe Karlsschule in Stuttgart. Wo er die strenge Ausbildung mit großem Erfolg absolvierte, trat er in das I. Bataillon der Württembergischen Garde zu Fuß ein und wechselte 1794 als Leutnant in das Infanterieregiment von Hügel. Seit dieser Zeit war er mit Friedrich von Schiller befreundet, der durch die Heirat mit Charlotte von Lengefeld zu dem der Schwager seines älteren Bruders Wilhelm von Wollzogen war. Auf Vermittlung des Fürsten Hohenul trat Wollzogen im Herbst 1794 in preußische Dienste. In dieser Zeit veröffentlichte er wissenschaftliche Arbeiten und machte während eines Aufenthaltes in Weimar Bekanntschaft mit Goethe, Wieland und Herder. 1802 wurde er durch die Freundschaft mit Scharnhorst Mitglied in der Militärischen Gesellschaft und übernahm den Auftrag zur Erziehung des jungen Prinzen Eugen von Württemberg. 1804 trat er wieder in württembergische Dienste zurück. Vom württembergischen König wurde Wollzogen 1806 zu Napoleon nach Mainz entsandt, um die Hochzeit der württembergischen Prinzessin Katharina mit Jérôme Bonaparte zustande zu bringen. Auf Betreiben seines ehemaligen Zöglings des Prinzen Eugen von Württemberg wechselte Wollzogen mit diesem 1807 in die russische Armee und fand eine Anstellung als Major im Stab des russischen Generalkwartiermeisters. Durch kluge militärische Arbeiten, unter anderem der 1810 veröffentlichten Denkschrift Napoleon und die Art, gegen ihn Krieg zu führen, in der erstmals der Gedanke ausgesprochen wurde, dass Bonaparte nicht mit einem offensiven Operationsplan zu besiegen sei, sondern vielmehr durch Locken in weite Fernen, durch kleinerischer Mützel und Behinderung des Verpflegungsnachschubs stormreif gemacht werden müsse, wurde der Zer auf ihn aufmerksam, der ihn zu seinem Flügeladjutanten und 1811 zum Oberstleutnant ernannte. Im Feldzug von 1812 war Wollzogen als Oberst im Generalstab des Generals Barclay de Tolley und später auch bei Kutiusso, wo er sich in den Schlachten bei Smolensk und Borodino auszeichnete. Im Feldzug 1813 diente er im Generalstab des Zaren und stellte einmal mehr seine militärischen Fähigkeiten unter Beweis. Als er während der Völkerschlacht bei Leipzig bemerkte, dass der Fürst Schwarzenberg seine Reservetruppen so ungünstig aufgestellt hatte, dass diese leicht vom Feind abgeschnitten und völlig aufgerieben werden konnten. Auf Wollzogens Initiative wurden die Truppen in letzter Stunde in anderer Form aufgestellt, was dazu führte, dass Schwarzenbergs Niederlage vermieden und der Sieg der Verbündeten gesichert wurde. Zar Alexander ernannte Wollzogen daraufhin zum Generalmajor und Friedrich Wilhelm III. verlieh ihm dem Orden Purlimeret. Im Frühjahr 1814 wird er zum Chef des Generalstabs des Herzogs Karl August von Sachsen-Weimar ernannt. In dieser Stellung nahm er am Feldzug von 1814 in den Niederlanden teil und begleitete den Herzog später zum Wiener Kongress. Auf Wollzogens Bitte hin nahm ihn der preußische König 1815 als Generalmajor wieder in preußische Dienste. Mit dem Oberst von Brause widmete er sich sowohl der Erziehung des Prinzen Wilhelm von Preußen als auch der Arbeit in der Reorganisationskommission zur Erneuerung der Kadettenanstalten. In dieser Zeit trat er auch der Gesetzlosengesellschaft zu Berlin bei. 1818 ernannte ihn Friedrich Wilhelm III. zum ständigen Bevollmächtigten bei der Militärkommission des Deutschen Bundes. Mit großer Umsicht und Besonnenheit wirkte er in dieser oftmals schwierigen Stellung 19 Jahre. 1825 übernahm er im Namen des Bundes die Bundesfestung Mainz, ebenso 1826 Luxemburg. Am 12. März 1836 wurde Wollzogen als General der Infanterie in den Ruhestand versetzt. Er lebte abwechselnd in Halle, Berlin und auf seinem Gut Kalbsried, das er von der mit ihm verwandten Charlotte von Kalb erworben hatte. Im Jahre 1845 starb Wollzogen in Halle und wurde auf dem Berliner Invalidenfriedhof bestattet. Militärische Beförderungen Preußischer General 1836 Orden und Ehrenzeichen Roter Adler Orden III Roter Adler Orden II Großkreuz des ÖK Stern zum Roten Adler Orden II Roter Adler Orden I